Ey, bitte Jungs, bitte, bitte vergleicht mal dieses Gengor mit dem Penner-Gengor von früher, Wallah. Bitte können reden, reden, bitte können reden. Gengor von Abu Dita. Oder vergleichen Sie mal die Aktivität von Ihnen, von früher und jetzt. Bitte, Wallah, einer macht Sat Marathon und deswegen ist er aktiv. Nein, 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 nein. Du warst dein Leben, du warst der inaktivste von allen. Ich war zwei Wochen... Du warst der inaktivste von allen, Litecoin, bitte. Du warst über... Bruder, du hast die Nächte durchgemacht mit Veilo. Du hast mit Veilo durchgemacht die Nächte. Ich hab aber nichts gesagt, ich hab nichts geredet. Okay, ey Jungs, hört mal zu, Litecoin sagt, vor Sat Marathon war er aktiv. Bitte lacht mal alle im Funk. Nimm das, nimm das, Litecoin. Ey, ich hab keinen Caller in der Masse. Ich hab nicht gesagt, ich war aktiv, ich hab gesagt, ich war da. Was sagst du? Merkart, du bist jetzt gerade wieder hier? Wallah, der hat den Kali nix mehr verloren. Was? Wallah, du hast den Kali nix mehr verloren, Wallah. Wieso? Wieso? Das ist krank. Du warst um 18 Uhr da wegen Gengwa? Du wärst die ganze Zeit nicht da und jetzt bist... Doch, die Jungs haben gesagt, du warst da heute. Ja, Bruder, ich war da. 16 Uhr da. 16 Uhr da. Ich hab das Gefühl, du bist nur aus Loyalität noch hier, aber du willst gar nicht mehr. Nein, Abu Wallah, ich kann dir gerne, was ich gemacht habe. Und jetzt SG? Ich kann dir Sachen zeigen und so weiter, um zu beweisen, dass ich nicht konnte. Nichts immer schlecht über mich. Schlecht? Nein, wir sind schlecht. Ich denk mir, du willst einfach nur nicht als Verräter dastehen. Deswegen sagst du nix und du machst so auf Krampf. Was hat das mit Verräter zu tun? Ja, du weißt doch, wie die Dings ist. Ja, Bruder, wenn ich gehen will, dann geh ich doch einfach. Ja, nee, wenn ich keine Lust mehr hier hab, dann komm ich doch einfach nicht. Dann mach ich mir mein Plattort. Ich konnte vorhin nicht. Ich war 16 Uhr kurz da wegen Geltien. Dann bin ich weg. Ich hab Platten, oder? Was warst du die ganze Zeit? Ist die Frage. Naja, okay, was geht hier? Warum ist mein Callout so einer besetzt? Komm mal rein. Was geht? Ich fahre zu Hangar. Ich fahre zu Hangar. Ich fahre zu Berg hoch. Mit Bitcoin reden. Hier, hier. Sieht man das nicht? Hier sind Kreiseberg oben. Mit Bitcoin reden. Mit Bitcoin reden. 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 Links diese Straße runter, hier gerade runter, gerade runter, ja. Ich stehe immer noch mit der Schnauze zum Stein. Das war gerade, oder? War das gerade? Yep. Erdi, da ist gerade cool. Ich fahre zu einem Baum-Reihe. Ich fahre noch nicht stark. Junge, ich sag dir ehrlich, Abo, dieser Alte ist der Großteil. Ich muss nicht mehr, was ich gesehen habe, wirklich, Junge. Jetzt haben wir es sich ganz kurz kurz kurz. Nur Probleme in dieser Schnauze. Ja, aber vergleichen wir es mal mit den Problemen. Ja, jeder Launch hat seine so Bugs so. Bruder, Grafik schaut geil aus. Man hat nur Probleme hier. Alle Anwesenden packen hier rum. Die Anwesenden, die Anwesenden richtig Müll. Das stimmt, Waller hast recht. Bruder, keine Ahnung. 5M war alles besser. Nur Grafik war nicht gut. Nein, 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 nur Grafik war nicht gut. Oha, nicht mal... Was redest du, Bruder, bitte? Okay, nimm mir jetzt Sachen auf. Okay, was ist besser außer Grafik? Lassen wir Grafik auf? Viel, viel ist besser. Okay, dann sag was. Sag doch was. Bruder, also Nummer eins ist scheiße mal auf die Grafik-Performance. Zu 100 Millionen Prozent. Performance, okay. 100 Millionen Prozent, Bruder, bitte. Alleine dieses Auto aufzuschließen und so. Oh mein Gott, diese... Alleine das. Wie Auto aufzuschließen? Du weißt doch, die typische... Das konntest du drüben auch? Ja, ja, krass. Mit einer Taste. Wo sind die? Wo sind die aber? Da oben. Oder wo seid ihr? Kommt ihr links, fahrt durch, 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 fahrt links, 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 links. Wollt einfach gerade runter von der Straße. Die sind links fliegen. Ja, steckt aus, steckt aus, steckt aus, steckt aus, steckt aus. Gerade, gerade, gerade runter. Die fahren Boot runter, die fahren Boot runter. Einer, zwei, zwei sind da ausgestiegen. Wo jetzt? Wo jetzt? Komm, 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 nehmt den Berg ein. Nimm den Berg ein. Nimm den Berg ein. Berg ein, Berg ein, Berg ein. Berg ein, Berg ein. Berg ein, Berg ein. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen schnell einnehmen. Wir laufen Leidfang entlang. Einer hält euch jetzt direkt links, einer hält euch direkt links. Ja, ihr müsst vor, müsst vor, müsst vor. Am Boot einer, am Boot einer. Fahrer da, ausstehen! Direkt über euch. Direkt über euch. Direkt über euch. Kommt ihr macht euch breit hier. Und links vom Boot. Links am Boot auch. Camper halten auch welche. Womit BF, LBF kommt hinter euch. Camper halten auch welche. Camper halten auch welche. Sehr schön. Ja, und ganz oben auf dem Berg sind noch zwei. Ganz oben auf dem Berg sind noch zwei. Ganz oben auf dem Berg sind noch zwei. Unden am Bunker noch einer. Unten am Bunker noch einer. Unten am Bunker noch einer. Sehr schön. Die pushen euch, die pushen euch von links vom Feldweg. Warum redet keiner mehr? Hallo, warum redet keiner mehr? Alle tot, alle tot. Am Bunker. Ja, die klatschen sich doch weg. Ist doch alles gut. Wer ist tot? Ist doch niemand tot. Es sind doch alle ein Gewinn. Andy gesnackt. Er ist direkt beim Bunker, ne? Cali hat den gemacht. Na komm, next one. Aber so dieses so mit Spaß rein und mit Spaß gewonnen. Geisteskrank. Einer noch. Einer noch. Ja, gerade wieder in Form. Ja, das wird die BF. Das freut mich für die Cali Nauken. Ja, ich hab hier die, ich hab hier die. Und den beim Bunker hab ich auch. Hey, BF. Achso. Ja, das ist Goldocken, ja. Sorry. Nimm es mal mit BF, bitte. Ja, ich hab Plattenburger oder so. Daraus wegen Zange. Einer lädt noch. Wer ist der Letzte? Komm, ich fahr mit dir einfach. Hat jemand noch Rücher? Ja, ich hab Platten bekommen. Keine Ahnung. Ich DPS Richtung, äh... Fernando Marraqui. Rotte Krabbe. Rotte Krabbe. Rotte Krabbe einer. Wir dürfen noch einsteigen, oder nicht? Ja, da dachte ich ein Auto machen. Alexander Alsafi hat einen. Boah, Larry hat den Gold. Stark. Ja, ja. Klauen, Bruder. Okay. Okay. Ja, ja. Ja, klar. Schön, Jungs, schön. Gut gemacht hat das. Sehr gut. Ja, was soll ich euch sagen, Jungs? Das ist der Grund, warum man euch hier nicht haben will, weil ihr einfach scheiße seid. Oh, scheiße. Ich dachte, ich wäre gemuted. Spaß. Er will mit Bitcoin reden, mit Bitcoin reden. Nein. Nein, aber zwei Stück, zwei Stück machst du doch, oder nicht? Wolltest du machen? Tarek? Die anderen Facts konnten nicht fallen. Noch zwei insgesamt, oder nur noch eins? Bitcoin reden? Bitcoin, noch eine oder zwei? Mach mal erst mal ein, dann gucken wir. Okay, Bitcoin will reden. Warte, wenn wir zwei machen, bleibt Berkant sogar länger. Mach erst mal ein, dann gucken wir. Ey Jungs, seid keine Verreter, ne? Seid keine Verreter, Jungs. Also Tarek hat dich vor einen Dick in die Pfanne gehauen, Berkant. Ich sag's dir nur. Bitcoin will reden. Er meinte sogar sowas wie diese, manchmal sollte man loslassen und so. Ey, wieso kann Intika... Tarek war krass. Bruder, das ist IC deine Entscheidung, ne? Wenn du meinst, dass du... Wie? Ich dachte, das ist deine Entscheidung, Berkant. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, Bruder, wenn du sagst... Ist doch dein Hack, Bruder, wenn du sagst... Komm, wir machen ein 1 gegen 1 erstmal. Erstmal muss ich gucken, ob du es noch wert bist überhaupt hier, dass du hier drin bleibst. 10 bis 3. Ja, warte, ich muss kurz ein Laptop wegpacken. Injecten. Du glaubst das immer noch, ne? Das ist krank. Habe ich niemals geglaubt. Wallah sogar, bei dir habe ich das niemals geglaubt. Ja, einer muss schießen. Ne, sag du Bescheid. 2, 3, 2, 1. Ich warte. Oder so, ja. Ja, schieß. Okay, warte. Aber sie seid ein bisschen zu nah aneinander, oder? Ja, warte. Äh, Berkant sucht Nähe immer bei mir, egal. 3, 2, 1... Digga, ich habe nicht mal die Schüsse gehört. Hörst du da auf mir? Das ist so unangenehm. Ich bin da so unangenehm. Wieso habe ich aber den Schüsse nicht geh... Mach nochmal. 3, 2, 1... Gut, letztes Mal. Bis 3. 3, 2, 1... Entschuldigung. Huch. 1H4 aber, ja. Komm, gegen mich. Um Mirans Essen. Okay. Gib mir aus. Komm, Komm, Mahon, komm, komm, komm. Alle gegen alle. FF. Komm, der arme denkt einfach hat eine Chance. Steh auf, Mahon. Los. Gib mal eine Pistole, bitte. Ähm. Ich habe nur eine MK2, hast du halt dann ohne Aufsetzer, ne? Digga, wenn ich jetzt... Ach, hallo. Ich habe drei Jahre nicht geschossen. Wenn ich jetzt... Peinlich. Irgendwie das auf deinen Nacken. Wie peinlich, wenn du gegen mich verlierst. Was laberst du für eine Scheiße? Wenn du verlierst. Boah. Ja, warum nicht so gegen dieses Team ist von heute? Nee. Dies. Boah, was? Ja, du bist kein Gegner. Schnell. Aber weißt du, man merkt richtig, diese Bewegung von Leuten, die gut sind. Seine ist richtig scheiße. Das fällt mir viel einfacher, ihn zu treffen. Was ist denn? Was ist denn der ASD, oder? Los geht's. Er ist doch krank. Oh mein Gott. Was geht, Kaliten? Alles klar? Nicht sprayen. Ja, Mann. Ich war lange raus. Natürlich kann er sprayen. Nee, aber das... Der schießt da die Wumpe weg. Du bist außer dem Kopf. Weil der macht zu. Ja, Jungs, schieß mal einer für dich. Er hat außen gesprollst, ne? Hä? Weißt du, was du machst? Ich habe zehnmal gewartet sogar, bis du was machst. Ich habe zehnmal geschossen. Ich habe zehnmal geschossen. Ja, nochmal, warte. Ja, nochmal. Oh, jetzt Mahon hat gewonnen. Siehst. Oh, Mann. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin. Jedmal ein No Clips, Junge. Jetzt. Los, 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 los. Okay komm, wir machen noch mal Mahon, ich will jetzt, ja, ja, okay. Habe ich ihn geholt oder verarscht ihr mich? Ihr verarscht mich. Bin ich so kacke oder was? Ja, dann geben sie ihn doch in der Mitte. Was? Das kann man nicht, Warstein. Warstein? Das kann man nicht, Warstein, aber Mahon, du bist so ein Obfi. Jetzt hab ich dich! Hä? Warum ist er jetzt so gut geworden, Digga? Der tappt mich. Arab? Tarek, du holst mich. Nein. Nein, das Fehle im Kielfied. In Kielfied, was? Im Kielfied steht Arab. Ja. Warte, 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 warte. Ja? Ja? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Bring 141. Ah, hier ist sie. Ich cheater. Ey, lass uns noch ein Gang 1 machen. Komm. Jalla. Einfach meine Mutter, komm, ich kann nichts machen, bin tot, Digga. Ja, wie los. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Wir können nicht starten mit den 1, 2 Familien, die sonst immer werden. Liegt der? Ey, Nedji, warum hast du wieder so eine Gürtel dann? Sind die fertig? Nein. Vier, drei leben noch, fünf leben noch. Aber was haben die gemacht? Ey, wer traut sich von euch, um eine Million zu spielen oder Hinrichtung? Ich. Ich. Ich auch. Das glaube ich euch nicht. Ich sage, hör zu. Wallah, ich werde euch hinrichten. Ich sag's euch nur. Wallah. Ich hab das heute mit 1 aus. Larry, da sehe ich schon fünf Hinrichtungen. Ab und für breite Hose mache ich das. Niemals in meinem Leben. Breite Hose, da richte ich mich lieber hin. Für sein Gürtel. Für sein Gürtel? Ja, da kriegt er dann 100% eine Hinrichtung für sein Gürtel. Also, GmbH wird einer heute hinrichtet. Ich rede bis. Da war Funk. Oh mein Gott. Immer noch. Immer noch, was ist ihm? Okay, also, wer eine Million verdienen will oder Hinrichtung, der kommt mit mir mit. Boah, das Ding ist, ich glaube, die denken wirklich, ich mach das nicht. Okay. Oh mein Gott, Digga. Chat, wir haben gleich keinen Kali. Ich sag's euch nur. Drei Leute kriegen die Chance. Drei Leute. Niemals im Leben. Du hast gerade noch einen One-Tap die ganze Zeit. Wallah, wenn ihr denkt. Wallah, wenn ihr nicht wieder denkt. Irgendwas wird bei mir eingestellt, dann weiß ich auch nicht. Die Razormoz ist es. Ich hab diesmal die V2 Pro hier, aber. Echt? Ja, hier haben die die V2 Pro. Oh mein Gott. Die wollen jetzt chatten, die wollen jetzt chatten, GW. Ja, ist euer Glück. Ich bin breite Hose, ich mach alles. Wissen Sie was? Die Familie ist mir mehr wert als eine Million. Das ist der richtige Weg, aber ihr traut euch auch nicht. Egal. Breite Hose ist mir mehr wert als Familie. Ich will announce, GW start 20 Sekunden. Brooklyn. Hey, wer ist BF? Wer ist BF? Wer ist BF? 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 Ja, ja, komm mal, komm mal. Wir springen gegen Hanseaten. Da können wir alle aussetzen, außer ich. Komm mal her, ich will auf BF rauf. Wer will mit mir BF fahren? Larry, Larry, komm. Komm, Larry. Larry. Die Frage ist, wie langsam schwehst du über die Amato? Du hast ein bisschen nachgelassen, alles gut? Seitdem Adriana in deinem Leben ist, bist du ein bisschen nachlässiger. Alles gut. Hey. Ja, ja, das ist so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Autos. Das ist krass. Ey, wir fahren jetzt los, kommt mal. Der war für 1 und 2 hoch auf den Berg. Komm. Ja, mach mal so. Willst du fahren? Nein, nein, ich bin fast scheiße, glaube ich. Wer hat noch Platz? Ich will probieren, wenn du willst. Das Problem, mein Problem ist, dass ich keine Ortskenntnisse habe. Ja, komm zu mir. Das ist mein Problem. Ich kann eigentlich fahren, kann ich Motorrad. Er sagt einfach nichts. Er sagt einfach nicht mal, okay, ja. Er sagt einfach nichts. Ja, ja. Alles gut. Okay, 1 Mal nur, wenn du jetzt 5 Kills machst, okay? Okay. Und wenn ich 5 Kills mache... Nein, 5 Kills ist in Richtung für dich. Warum? Oh! Okay, ich wollte das kommen. Stimmt, du wurdest schon 8 Mal hingerichtet. Ja, ja. Ich kann einen Unterschied machen. Ey. Dann kommt Barry. Warte, warte. Hast du die... Sind sie großgekommen? Ja, die sind militärisch, aber BFG nicht. Okay, chill, 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 chill. Hey, mach mal eine Masse. Weißt du was? Lass mich fahren, Larry. Lass mich fahren. Ja. Du schießt. Ich kann als Fahrer schießen, ne? Ja, ja. Okay. Du sagst mir aber nur, wo ich lang fahren muss. Warte, ich muss... Ich geh aus dem Funk raus. Nein, nein, du brauchst die Funk wegen Armato. Wieso? Wieso? Ja, ich... Check doch eh nicht, was er will, wenn er sagt... Ja, okay. Du sagst mir einfach nur rechts geradeaus. Die sind... Die sind Kirsche auf jeden Fall. Rule 68. Das sagt mir gar nichts. Also die sind noch ein bisschen weit weg. Aber guck mal, du musst gucken, dass du nicht in deren Masse reinfährst, wenn die in Autos sind. Ja, dann sag mir einfach nur, wo lang. Ja, alles gut. Fahr einfach ein bisschen rum. Vielleicht kommt die BF ja. Okay. Krasse Andeutung. Amato, wo, Bruder? Ich hab nix gehört. Ja, das ist gut. Soll ich hier ein bisschen lang fahren? Okay, guck mal, der Masse ist an der Kirsche. Also die BF ist mit der Masse. Deshalb können wir eigentlich... Und wo ist die Kirsche? Kirsche ist hier links die Straße, wenn du geradeaus durchfährst. Okay, wir gehen aber ein bisschen Offroad, ne? Okay, was ist das Ding? BF hat Church Amato, ne? Solo. Okay. Wie? Ja, ich meine, ist die BF alleine? Warte, ich geh kurz Funk. Von seines BF hier rechts irgendwo ist. Okay. Ritzländer, Ritzländer, fass auf! Abweilen! Komm mit, komm mit. Fati, warte weiter. Steigen sie wieder auf. Einer, der Berg ist. So links durch. Ey, wir fliegen auf die 2. Einer hat das Berg runtergefallen. Einer hat das Berg runtergefallen. Ja, genau. Wie? Einer von der Berg komplett runtergefallen. Ja, dann ey, wir steigen hier oben aus. Dann steckt ihr aus, steckt ihr aus. Wir sind oben auf die Spitze. Alle aussteigen, ihr Wichser, steigt aus! Ey, direkt links von euch. Direkt links von euch in der Kuhle ist einer zu Fuß. Links von euch in der Kuhle. Ja, wenn du liegst, geh in Noclip, wenn du liegst. Wenn du liegst. Links von euch in der Kuhle. Dann lässt du gerade wieder Berg hoch. Ja, ja. Die Masse ist oben. Okay. Cross mal die Berg. Die ist immer auf der Berg hoch. Geh vor uns, rechts einfach. Fahr hoch. Die Masse ist oben. Die Masse ist oben oben. Die Masse ist oben oben. Die Masse ist oben oben immer noch. Ich weiß, wir werden nichts mehr abbekommen. Wir werden nichts mehr abbekommen. Doch, doch, doch. Fass jetzt hier links hoch, sonst würden wir jetzt zum Wasser kommen. Es wird geklingelt. Geh jetzt runter? Hoch. Nein, nein, nein. Weiter hoch. Warten. Ey, geht's auf mir. Warte hoch. Achso, ich seh den. Einer läuft weiter nach rechts. Und einer ist ohne gelbe Ball, wenn das Trainer von euch ist. Einer ist ohne gelbe Ball. Es wird keinen Stress. Einfach runterfahren. Schlamm da auch hinter den, oder? Die Masse ist eh gestackt. Nicht hoch? Ja, ganz hoch. Ja, die Masse ist eh gestackt. Schlamm da auch. Ist deine Masse auf der Spitze oder was? Warte mal doch. Ja, ja. Wo, wo, wo an der Spitze? Wo? Über uns. Also links über uns jetzt. Oder ich kann mich nicht schon. Okay, lass da einfach hin. Ich nuke? Ja. Pass jetzt auf. Warte. Guck die ganze Nacht der Wölf. Guck mal bitte wie die fallen. Da vorne, sind die das? Sind die das hier? Ja, man muss jetzt aber aufpassen. Nicht, dass einer close steht. Komm rein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind jetzt hier links von uns. Schill doch mal, jo. Ist das unsere Leute? Ist einer von uns? Ja, ist einer von uns? Ich wusste das. Ich wusste das, Larry. Die sind hier links, alle. Ich hab Nuke gemacht, ne? Fahr durch, fahr durch. Fahr durch, fahr durch. Fahr durch, fahr durch, fahr durch. Komm mal, der, der, der. Hey, ich bin da, ich bin da. Chillin. Komm, schnapp dir den anderen. Hier rechts. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Immerhin mitgenommen, Jungs. Ich hab ihn mitgenommen. Ich hab ihn mitgenommen. Ja! Schnapp ihn! Lass mich wieder mit. Achso! Wer traut sich alles zu machen? Komm her! Oh, oh! Ich glaub, der hat einen Bärflip noch. 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 Komm, Jony. Ich hab keine Ahnung, wo du wollt. Eli, du kleiner Rabauke. Mr. Bitcoin, machen wir noch eins? Ja, können wir eigentlich machen. Das war geil. Können wir eigentlich machen. Haben wir noch Konflikt? Bitcoin eher reden? Ja. Ja, lass noch eins machen, komm. Ja. Ja. Erino! Jogi, da hat deine Schnauze. Erino! Will mit Bitcoin reden? Heia! 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 Die verloren! Oh mein Gott. Ja, okay. Ey, Admin Abi. Der Bruder liegt hier immer noch, obwohl er eigentlich schon aufstehen sollte. Admin Abi? Ach, Mahon, du bist es. Das ist Abu. Das ist so ein... Mahon, Dig. Also, Mann, ich ma, bist du echt... Mahon, was hat er gemacht? Mahon, was hat er gemacht? Oh mein Gott. Minus eins, Minus eins, Minus eins. So, sein Arsch liegt oben, bedient euch. Weg hier. Danke. Danke. So behauen ist immer... Überraschungseffekt auf meiner Seite. Können reden? Ja, mit Können reden! Achso! Nein, mit Können reden! Warte, ich guck mal, ob er das... Abu ist echt der Beste, Digga. Er hat Haus geholt und so. Ace, er macht grad sehr viel privat. Und, Digga, das ist krass, er kriegt zwei Zwillinge. Bruder, auf ihm kommt was zu, Ace. Du hast keine Ahnung, Digga. Ja... 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 Das wird crazy. Hast du noch ein Gewee am Prozetta? Ja, ja, ist... Guck mal, da muss der Bitcoin, Bitcoin reden! Bitcoin, komm her! Ich mach noch das Gewee mit, dann bin ich weg, ne? Wohin, wohin? Äh, Dings, alles ready machen. Wo? Wo ist das denn, Bruder? 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 Wohin? Wo ist das denn, Bruder? Wohin gehst du denn? LR? Ich mach alles ready, weil Breitenberg später kommt. Ja? Zu dir. Ja. Warum Breitenberg? Ich bin im Treton morgen hier. Bei mir. Du lügst! Ja, ehrlich. Digga, ist so schlau, wisst du, wie viel Geld erspart, Digga. Hotel, über Gamescom 1000 Euro oder so. Amado musste doch seine Wohnung deswegen zeigen. Du lügst! Sag mir nicht, er muss dir ein Video zeigen und so. Komplett. Wo stehst du? Der hat ein Bild gezeigt. Ey, wo ist Habub hin? Habub kommst du hin? Digga, der L'Oreal-Markenbotschafter, Digga. Er wird dein Gesicht eincremen. Ich sag's dir nur, Amado. Kann aber auch sein, dass du sein Gesicht eincremen musst. Hey, Adriana wird eifersüchtig. Ich sag's dir nur. Was? Warum schreist du aber so? Ja, aber ich weiß nicht. Warum gehst du denn so eine Calls, Mogli? Warum denn? Bruder, ich geh dir jetzt knallen, Digga. Der eine versteckt sich im Busch, Bruder, ich schwöre das. Ey, wer kennt diese Melodie? Miau, 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 miau. Nein, nein. Harry Potter. Miau, 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 miau. Harry Potter. Miau, 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 miau. Soll ich dich jetzt erdämmen? Du, halt mal lieber deine Clips bereit, bevor du die jedes Mal wieder löscht, Mogli, ja? Ey, sowas immer. Du kannst dir gar nichts erdämmen, weil du nicht auf dem Server bist. Sie checkt einfach immer noch nicht, wer das ist, ne? Adriana. Das war... Adriana. Miau. Adriana. Ja? Bist du eifersüchtig, wenn Breitenberg bei Amado schläft? Ja, schon. Okay, weil Breitenberg meinte von Anfang an, er kann nur mit Amado auf dem selben Bett schlafen. Ja. Ja. Ne, du bist ne große Coach. Alle bereit mit Bitcoin schießen? Alle bereit. Deine Schnauze. Ey, Mahon, bist du da? Ja, Bro. Okay, dein Schatten, 20 Sekunden, ja? Ja, Sir. Automat kommt jetzt. Sir? 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 Lightcon komm schon rein. Doch, doch. Mach Luna auf, Mahon, schnell. Mach Luna. Das ist gestorben. Alle heute, hab ich frei. 10, 9, 100. Wir können standen. Alle mehr gesehen. Schatte doch, Bruder. Schatte. Ey, komm in Kreis. Ey, Bruder, ich spüre was. So. Immer schlimmer. Das ist ja Bitcoin. Ja. Rutsch. Haben sie gesagt, eine Million insgesamt, die kriegen 150 Pistolen, oder? Ja, ja. Ja. Komm Lightcon, wir beide machen BF jetzt. Ey, warte, 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 warte. Wallah, ich will einmal mit Lightcon BF machen. Aber kann sein, wir verlieren den Fight. Ich mag's nur. Ja, bestimmt. Komm her, komm her, Lightcoin. Komm her. Schnall dich an. Es ist alles in Ordnung. Larry, pass auf, der Motor hat kommt. Pass auf, Larry. Hä? Pass auf. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wallah. Ey, Tarek. 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 Abuceta. Ey, Abuceta. Ja, hol mal, ey, Abuceta, Abuceta. Hol mal bitte Larry wieder her. Alles Gute, ne? Hol mal Larry her. Ich hab ihn umgefahren. Schlagt er mich. Schlagt er mich, ja. Du musst mir sagen, wo lang Lightcoin, ne? Wir sind tot, Lightcoin. Ich sag dir das nur. Oh, ich bin nicht tot. Wo ist Lightcoin? Wo sind sie hin? Hallo? Ich bin schon mal vorgefahren. Wo sind sie hin? Hallo? Ich bin schon mal vorgefahren. OOC, Lightcoin. Oh mein Gott, was passiert hier? Lightcoin, wo bist du? Hey, mach doch nicht, doch nicht. Lightcoin. Oh mein Gott, Lightcoin. Ich bin über deinen Kopf geflogen. Ich hab mich gedux und rolle gemacht. Bruder, ich bin genau über deinen Kopf geflogen. Ah, hier Lightman, da bist du. Mitgehen reden. Mitgehen reden. Mitgehen reden. So, mit der Mitgehen. Will mit Mitgehen reden jetzt? Ja, er redet mehr so als Habub selber. Hey, wie gesagt, ich seh die nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Hier siehst du die nicht, Bruder, trollst du? Nein, Bruder. Ich sag doch, Amaru hat nachgelassen, komplett. Kommt der Verfahren, kommt der Verfahren auch. Schnell, 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 schnell. Lightcoin, du musst sagen, wo die sind. Ja, einer bin ich, einer sind die. Die Straße gerade runter. Wenn die in der Nähe sind. Warte, ich seh die, ich seh die. Ich seh jetzt schon, wie sie eine Bereicherung auf BF. 100%, chill. Okay, eben gerade haben wir zwei Kills gemacht, okay? Ich und Larry zusammen. Mal gucken, ob wir nicht mehr machen. Gegen Hansi-Arten, bitte. Wow, wir kämpfen gegen Cousins. Vertraut mir, auf eins vertraut mir. Nein. Wo geht's lang? Ich sag gerade, Straße runter, du fährst einfach an links. Ich wollte dir zeigen, wie ich fahre. Ziele mal da an, wo ich langfahren soll. Ziel einfach, halt gedrückt. Genau, okay. Aber du musst schon richtig auf die Straße. Ich skipp dir nur Dings. Nein, nein, du musst... Okay, okay, okay. Okay, okay, ich weiß jetzt. Schnell waren die aber draußen. Hey, Abo Z, da kannst du schätzen. Fähig für Reconnect. Das klappt gut, Leit, weil so ist gut. Sieben, fünf. Dimension, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, aber schon ein bisschen, ja, so... Das ist nicht eins zu eins, meine Bewegung. Doch. Steige Hände, Wichser. Doch. Ich bin eine Rede. Ich bin eine Rede. Ich bin eine Rede. Guck mal, Sandy. Wohin willst du fahren? Ich flieg vor. Ja, der träumt, ey. Wohin willst du fliegen? Ich fliege vor. Wohin willst du fahren? Ich flieg vor. Wohin willst du fahren? Ich fliege vor. Oh mein Gott, wer ist das? Waren das die Leute? Unsere. Unsere. Egal, ich stecke einfach direkt außerhalb. Wenn eh. Ich werde dich direkt los von den Ausstrecken. Mach so einen geilen Ausstrecker. Ja, ich habe richtig Angst bekommen. Ich dachte, ich bin kein tot. Ja. Ich bin ein Kacke, ja. Ja, ey, komm mal auf der Skate-Bag rüber. Ich fliege den Tank rein, wir sind tot. Ey, sag mir, wenn in die Nähe ist, ey. Oder wo sind die denn da? Ey, Light-Turn, bist du Fahrer von BF oder Abo? Nein, nein, nein. Ich natürlich, bitte. Wir wollen ja auch vernünftig fahren, ja. Wohin ziele ich? Abo, wohin ziele ich? Ach so, ich dachte, wir hören auf damit. Ich geh mal kurz über Cousins. Nein, nein, hör nicht auf, das ist schlecht. Ja, sehr gut. Es war Boceta kurz über Cousins. Aber, Bruder, ich glaube, die haben das Prinzip nicht gestanden. Ja, dass sie immer harmonisieren. Er ist mir hier. Ich habe sie gesehen, die sind links. Alles gut, Jungs, ich habe einen Richter. Wo sind die? Nein, nein, falsche Auto, falsche Auto, falsche Auto. Sie kommen von Army Base. Sie kommen von Army Base. Gute Richtung, komm jetzt, komm jetzt. Ey, wir machen, wir machen mal diesmal ein anderes Spiel. Okay, wir pitten da rein. Wir pitten da rein. Ja, wir machen Kamikaze. Nein, rein in die Pfanne! Na so, Mann, komm! Wollen wir mit? Okay, dann... Ja, ich habe Black, ich habe Black. Spaß. Oh mein Gott, ich höre ganze Flughafen bei Ihnen. Alles einfach. Bei mir? Militär. Wieso? Wenn sie lange nicht reden, dann wird es zu laut. Ah, okay. Vielleicht sind die irgendwo hier hochgefahren. Ja, ey, Abozitan, geh mal kurz zu... Oh Mann, also in diese Upchecker. Wieso sind wir so langsamer als die? Ja, mein Vater ist halt jetzt nicht so, ne? Ja, einfach über den und call durch den Punkt. Maron, du sagst doch mal, wo die sind, Bruder. Ja, Bruder, wo ist Maron? Ey, Maron, die sind zwei Projektleitungen, du sagst nicht, wo die sind. Ich bin im falschen Auto, Digga. Ja, komm mal bei mir rein. Ey, lass mal Bozita bei meinen Schenk. Bleib mal schämen. Boah, ich muss dir gleich so einen Clip zeigen. Ich wäre so tot, du weißt das gar nicht. Schick gleich. Spass, tschüss, Rino. Kannst du tippen, Seta, ich hatte Gamecash? Ey, Digga, die sind unnötig gebaut oder so. Ey, fass, fass, aufpassen. Ey, fass, aufpassen. Ey, fass mal nicht vorbei, nicht vorbei, aber unten, unten. Geht wieder hoch, geht wieder. Oh mein Gott. Wo sind die? Geradeaus. Nächste. Die halten hier oben. Die halten hier oben. Die halten über euch. Die fahren runter. Für das Kontakt, aussteigen. Die wollen runter. Aussteigen, aussteigen. Die wollen runter, die wollen runter. Ja, ey. Was machen die? Was machen die, hä? Ja, unsere sind da, aber ich will die anderen sehen. Ey, ey, ey. Wir müssen die umfahren. Die fahren weiter durch, die fahren weiter durch. Ich schroße den Feldweg. Ja. Hurra. Sehr schön. Ey, ich schroße den Feldweg. Lauf hinterher. Lauf hinterher. Hier, kommt. Die Wände runter. Ja, hier steigen sie aus. Ey, läuft runter, läuft runter, läuft runter. Ich muss auf den Felder laden. Wo sind die ausgeschickt? Unter euch. Wir kommen jetzt von hinter denen. Wir kommen jetzt von hinter denen. Wir kommen jetzt von hinter denen. Ey, im Busch, Busch. Bruder, wo sind die denn? Hier links unter uns. Ist das nicht einer von denen? Doch, das ist einer von denen. Hier links. Einer ist noch hier unten vor mir. Oh mein Gott. Was machen die, Bruder? Scheiß auf die BF. Bruder, wo ist der denn, Bruder? Unten am Wasser war noch einer. Ich schwöre auf. Hey, rechts, rechts hin. Wir haben BF. BF fliegt von denen. Ey, BF über uns. Ah, Hilly ist gelandet. Über uns. Da, wo wir ausgeschickt sind. Der kommt. Kommt der runter, Bruder? Ja, ja. Und BF auch hier, BF auch hier. BF auch oben. Ja, BF ist oben, Bro. Beide, beide oben. Hilly über uns und BF über uns. Ich hab ne FK, ja? Ne, Dabu noch. Ne, Dabu noch. Ja, ja, normal. Klar, wir haben komplette BF geholt. Dann holt nochmal die BF. Das noch irgendwie. Die haben sich noch ne BF geholt. Okay. Ja, ja. Oben ist die BF. Spitze. Hab irgendein? Oh mein Gott, nein. Ich hab Habub getötet. Das ist Ehren. Oh. Ich dachte, das ist ne andere Farbe. War das eh? Lightcoin. Ja, das war Habub. Mach ich nicht. 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 Ich füße die Kali auf Kali. Ich füße die Kali auf Kali. Aha, einer sieht den letzten auf unsere Leute. Ey, gut gemacht. Ey. Ich steig rein. Natürlich mit unseren Leuten. Wo ist der? Zitter Mensch. Aber wo sind denn die Cousins? Ey, nur noch BF und Heli, oder? Das ist unser Auto. Neji, bist du das? Ich, ich, ich. Da oben. Lightcoin. Nein, das war einer von denen. Doch, doch. Was macht er nun so? Bruder, hier rechts unten müsste auch einer sein, Larry. Ey, schieß BFB, BFB. Och. Bruder. Aber man hört einfach, wie du auf Tasten schlägst. Ja, Bruder. Was will ich da machen, Mann? Bruder, wo seid ihr? Oben. Beim Heli, aber wo ist der Welt? Ey, ihr müsst das gewinnen, Jungs. Was für diese KD da. Also wir sind dann eins runter. Oh, das ist scheiße. Ab ein? Ab ein? Ne, halt. Ich glaub, ja. Boah, ich hab ein paar Schuss bekommen. Ey, Aposita. Aposita. Aposita, J liegt hier noch tot. Und, äh, Larry. Komm, Abu. Du gewinnst das. Du gewinnst das, Abu. Nein, Digga. Wallah, das ist doch scheiße. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Merda-Folgen anguckst. Kingcans.de Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Merda10.